Jahrelang wirst du sie wiederhaben. Jetzt musstest du sie nur noch fragen. Ja nur, seit letzter Nacht bin ich mir nicht sicher, ob ich das noch will. Bis zum nächsten Mal. Sobald ich mein Leben so einigermaßen in Ordnung habe, kommst du und bringst alles wieder durcheinander. Sven, ich hab doch gar nichts gemacht. Ach nee? Du sitzt hier und zeichnest und die Sonne spielt auf deinem Haar und du siehst wundervoll aus. Und du schrallst und deine Augen sprühen vor Leben. Ach, so geht das nicht! Sven ist nicht mein Freund, er ist mein Cousin. Verschwendet nicht eure Zeit. Musik 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 Du sagst die richtigen Sachen zu richtigen Zeit und du verstehst mich. Und dann fängst du auch noch an Holz zu halten, das ist doppelt das allerletzt. Ich will nie wieder mit ihm sprechen. Ich hab's gehört. Sag ihr bitte, dass mir das alles unheimlich leidtut, ja? Immer wenn mein Leben runterläuft, dann kommst du und schaust dich nicht so raus an! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020